Hallo, heute werde ich über das Bosch WAN 282A3 Waschmaschine berichten. Ein sehr interessantes Modell. Den aktuellen Preis sehen Sie, wenn Sie den Links folgen, die ich in der Beschreibung des Videos angegeben habe. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, den richtigen Wahlkanal zu abonnieren und das Video zu liken. Lasst uns anfangen. Die leise, robuste Kraftquelle deiner Waschmaschine. Im 21. Jahrhundert sollte sich niemand mehr mit laufenden Hausgeräten herumärgern müssen. Deshalb haben wir den EcoSilence Drive entwickelt. Dieser innovative, bürstenlose Waschmaschinenantrieb ist aber nicht nur deutlich leiser als konventionelle Motoren, sondern auch viel energieeffizienter und langlebiger. Ein cleverer Motor, drei Trümpfe für dich. Hygienisch waschen, schon ab 40 Grad Celsius. Manchmal ist sauber einfach nicht sauber genug. Deshalb haben wir das Programm Hygiene Plus entwickelt. Es hält die Temperatur während des Waschgangs konstant und sorgt durch einen zusätzlichen Spülgang für hygienisch saubere Wäsche, welcher Keime und Hausstaubbilden besonders effektiv abtötet. Das Ergebnis? Hygienische Waschergebnisse, selbst bei 40 Grad Celsius und Reduktion von 99,99 Prozent der gängigen Keime. Perfekte Ergebnisse in weniger als der halben Zeit. Wenn die Zeit knapp ist und deine Waschmaschine über Speed Perfect verfügt, kannst du die Programmlaufzeit bei gleichbleibend hoher Qualität um bis zu 65 Prozent verkürzen. Speed Perfect lässt sich mit den meisten Programmen, jedem Füllvolumen und allen Gewebearten nutzen. So kannst du beispielsweise mit Speed Perfect und dem Mixprogramm bis zu 4 Kilogramm Mischwäsche in nur 46 Minuten gründlich waschen. Unterschied zwischen der Dauer des Pflegeleichtprogramms 40 Grad und der Dauer des Pflegeleichtprogramms 40 Grad in Kombination mit der Option Speed Perfect. Wasser sparen bei kleinen Beladungen. Egal wie wenig man wäscht, die Active Water Plus Technologie liefert perfekte Ergebnisse und verwendet dabei nur genau die Wassermenge, die für jeden Waschgang benötigt wird. Für hocheffiziente Wassernutzung auch bei kleineren Beladungen. Dank seiner hocheffizienten Wassermanagement-Technologie wird die exakte Beladung automatisch erkannt und der Wasserverbrauch genau angepasst. Spare bis zu 50 Prozent Wasser bei kleinen Beladungen. Night Waschoption. Mit diesem besonders leisen Spezialprogramm mit reduzierter Endschleuderzahl und deaktivierten Endsignal kannst du deine Wäsche auch nachts erledigen, ohne dabei deine Nachbarn zu stören. Dank der Nachlegefunktion sind einsame Socken ab sofort Geschichte. Gerade die Waschmaschine gestartet und dann ein vergessenes Teil entdeckt? Wer kennt das nicht? Zum Glück lässt sich die Nachlegefunktion auch nach dem Programmstart Wäschestücke hinzufügen oder entfernen. Drücke einfach die Taste Nachlegefunktion, gebe die vergessenen Teile in die Maschine und setze den Waschvorgang fort. Trommelreinigung. Erinnerungsfunktion. Das Trommelreinigungsprogramm ist ideal, um die Trommel zu reinigen und hygienisch sauber zu halten. Nach 20 Waschgängen unter 40 Grad Celsius erinnert die Waschmaschine der Waschtrockner automatisch daran, die Trommel mit dem Trommelreinigungsprogramm zu reinigen. Mehr Standfestigkeit und weniger Vibrationen. Das innovative Anti-Vibration-Design der Seitenwände ist nicht nur ein Blickfang. Das System bietet auch mehr Stabilität und reduziert Vibrationen. Eine optimale Dämmung reguliert das Geräuschaufkommen, sodass die Waschmaschine selbst im Schleudergang besonders leise ist. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Zeitangabe zwar nicht Minuten genau. Und hier ist was den Kunden am besten gefallen hat. Super einfache Funktionen. Leicht bedienbar. Temperaturen separat einstellbar. Damit ist unser Test der Bosch WAN 282 A3 Waschmaschine nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin! Bis zum nächsten Mal!